Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Konnichiwa hier und ihr Schatz da draußen! Heute wieder eine Folge Papp mit Chi, zusammen mit Fresh und Franz! Hallo! Ich hab mal irgendwas markiert, aber... Keine Ahne... Zu weit weg, würde ich sagen. Da ist anderthalb Kästchen weit weg. Ja und wenn du gleich ein Fallschirm ziehst, kommst du so weit. Ja, aber vielleicht ist da dann nicht safe. Dann müssen wir da komplett wieder weg. Ja, ich komm schon. Und aus. Dann haben wir da die Kacke am Dampfen. Kann man so oder so immer am Dampfen. Ja, aber nicht so krass. Von der Insel runterkommen ist immer noch mal ein Ticken schwerer, als einfach so runterkommen. Ja. Bäm, ich breif fast direkt auf den Boden auf. Ja, hab ich jetzt auch fast gemacht. Ich bin mit 240 zu Boden gerast. So, ich nehm die unteren gleich. Du kannst oben looten. Ich lande eh schon oben. Ey, wir sind... Au, einer kommt mit, einer kommt mit. Landet irgendwo in der Mitte. Okay. Oh, gib mir doch eigentlich die Waffe. Hast du gesehen, wo er rein ist? Ne, leider nicht. Hier läuft er bei mir. Okay. Hast du das mit schießen? Ja, ja. Er ist wieder rausgelaufen. Boah, ich werd beschossen. Hab ich rausgenommen? Ab, beide. Nice. Ja, ich hab den einen schon angehittet, gehabt. Der hatte ne Uzi, oder? Okay. Was hatte er? Einen Rucksack. Jetzt brauch ich halt Energy und so. Oh, ne Schrotze, die nehm ich direkt mit. Aber zumindest gehört uns jetzt die Gegend. Naja, die haben wir uns hier auch verdient, würde ich sagen. Ja. Aber wir werden echt besser, also... Lechter geht ja kaum. Wir haben auch mehr Lack, also... Wir verdienen uns das Lack halt. Oh, wir sind so knapp an der Safe Zone. Siehst du das? Naja. Gehen das große hier rein? Oh, Schmerzmitte. Hier ist die Tür offen. Da war ich... Rein bin ich, aber ich hab nur die erste Waffe geholt und bin direkt raus. Achso. Also sollte noch genug da sein, denke ich. Oh, Sprit auf jeden Fall. Oben lag, glaub ich, auch noch was. Hab ich, glaub ich, beim Amtflug schon gesehen auf dem Balkon. Musst du mal gucken. Du musst nur auf den anderen Balkon kommen. Das Haus ist immer noch ein bisschen verwirrend für mich. Ja, aber ich hab das mittlerweile raus bei dem Haus. Ja, das ist mir... Ja, ein bisschen hab ich's auch raus. So ist ja nicht, aber... Ah, ne Schutzweste. Oh! Ne AKM. Das ist bei dir. Ich hab noch bis in 7,62 Ammon. Ja, die hat eh schon dreimal Ammon dabei gehabt. Ja, ich hab trotzdem noch ein bisschen. Ja, mehr ist nie verkehrt. Jetzt noch ein Schally und ein Visier und ich bin glücklich. Und ein Hemd. Und ein Schally nehme ich auch bitte noch. Und ein Visier hab ich gerade eben gefunden. Vielfachsuche. Nice. Äh... Ich nehm noch ein AR Schnellwechselmagazin mit. Zweites. Militärweste! Bam! Nice. Nice da, da ist da mein Junge. Nice da, da ist da. Jetzt wär noch ein Helm, wär noch geil. Ich hab nämlich noch gar keinen. Ich hab halt gar keinen Visier. Einen Helm hab ich auch nicht. Oh, in dem kleinen Pisshaus war auch nix drin. Was liegt hier für ne Waffen? M16 auf hier, ne? Die hab ich schon. So. Mach ich das? Komm, ich geh mir. Hier. Wat denn? Kack. Ne Kack? Ja. Auto? Ja. Oder Motorrad oder so? Hält hier an bei mir. Geh um dein Haus rum. Kommt bei mir rein. Ist unten irgendwo. Geht hinten raus. Ne, ist unten in dem, äh, Ding drin. In welchem? Äh, in dem hinteren Raum. Da, wo auch ein Bad ist und so. Ah, da. Ist down. Nice. Der hat hier aber noch seinen Kollegen irgendwo. Der läuft hier glaub ich rum. Ja. Wo ist der? Hörst du den? Der ist im Haus. Der ist oben. Nein, war er nicht. Oder so. Ich komm mal rein zu dir. Nice. Haben die noch was? Ich guck gerade. Ob die vielleicht ein Schalli dabei hatten. Ah, ein Helm. Handfeuerwürfel. Haben die... Hast du mir jetzt echt den Helm geklaut? Ja. Dein Ernst. Er klaut mir den Helm, weißt du? Unfassbar. Haben die noch einen Rohpunkt oder sowas? Keine Ahnung, hab ich nicht geguckt. Äh... War ich oben schon fertig mit looten? Ne, war ich noch nicht. Ne, hat der auch nicht. Ne? Ne. Die haben nicht mal einen 9mm Muni dabei. Okay. So, lass mal Richtung safe. Du hast jetzt vier Killse auf der Uhr, oder? Ja, ja. Ah, wir sind safe. Und davon keinen AFKler. Naja. Hat sich auch selten, ne? Also wir sind besser geworden. Achso, du willst hier runter. Na, mal gucken, ob da noch rumgelootet ist. Ich brauch halt noch einen Helm, ne? Ja. Ja. Ja, gut, aber... Der Rest ist gut, aber ein Helm würde mir noch fehlen. Mein 1er Helm hilft mir gegen kein Scharfschützegewehr. Wenn dann nur, was weiß ich? Dass du nur 90 Damage anstatt 100 kriegst. Ne. Hilft mir auch nichts. Bin ich tot. In den Kopf bin ich tot. Steht das Auto hier normal? Wir sind in der right zone. Hier ist ungelootet. Natürlich bei uns. Der steht hier aber nicht normal. Hier ist aber ungelootet. Der steht hier nicht normal. Erstens die Bremslichter sind an. Hier ist offen. Hier ist aber keiner. Im Badezimmer sehe ich jetzt nichts. Ja, in... Die werden hier drüben sein. Hier sind die durchgelaufen schon. Hier ist komplett offen. Dann werden die im nächsten sein. Hier ist offen. Ja, hier sind Schritte oben. Die sind oben. Ja, jetzt kommt halt Red Zone, ne? Ja, lass vorne rein. Wo hoffen du jetzt meinst du? Ja, ja. Oh, hier läuft der. Oh, hier sind mein Schusslaufen. Hab beide, hab beide, hab beide, hab beide. Alter, jetzt hab ich dir gut ein halbes Magazin reingedrückt. Nice. Weil du mir wieder in den Schuss gelaufen bist. Puh, haben die Energy? Da hinten wahrscheinlich, ne? Oh, Schmerzmittel. Seine Weste ist weniger gedamaged als meine. Und er hat einen Helm für mich dabei. Das ist aber nett, dass er mir den mitgebracht hat. Kompensator für eine AR. Freunde, sechs Kids. Ich will nicht hochlaufen. Man muss da aber. Gott, äh. Ja, du hast dich auch so... Hä? Da liegt ne T3 Weste. Ja, die hab ich weggeschmissen, die ist gedamaged. Ja und, die ist besser. Nicht als meine T2. Ich hab ne 179er T2. Und, ist egal. Nein. Die ist besser. Glaub ich nicht. Glaub es mir. Ich weiß es. Hier kommt noch ein Auto. Oh ja. Motorrad ist das? Ne, Buggy ist das. Der fährt aber hinten weg. Aha. Schade. Okay. Ich hab hier halt jetzt die T3 Weste geschnappt. Also... Oh, kurz vor. Ah, ich hab dafür keinen Bespruch. Google nach. Das, was da angezeigt wird, das ist nicht, was es abhält, sondern wie viel Leben die Weste noch hat. Okay. Und solange die Weste mehr Leben hat, also so 50 Prozent, dann ist die immer noch besser. Sollen wir mit dem Auto fahren? Willste? Ja, bisschen weiter vielleicht. Hier so oben hinten, nah über Gatke oder so. Können wir machen. Wie viel Sprit haben wir denn drin? Boah, fast voll. Da kommen wir weit mit. Da kommen wir noch äh... Außerhalb der Safe, sondern wir wieder rein. Hehe. Ich find's immer noch geil, wie die Zäune wegklingen. Aber die anderen find ich geiler in der Tat, diese Holzzäune. Ja, ja. Also die komplett... Die zersplittern ja richtig in ihre Einzelteile. Und das sogar auf Ultra-Law-Einstellung, weißt du? Ja, ja. Wir haben da richtig geile Animationen reingemacht. Ein bisschen aufpassen, ich hatte das vorhin. Da bin ich gejumped, ne? Mhm. Und gegen Stein gejumped, den ich vorher nicht gesehen hab. Naja, gut. Kommt der mal vor. Ich hab übrigens ein 8-Fach, ne? Ein Foschinki ist Party. Ist ja normal. Hier ein bisschen langsamer. Warum? Mein ja nur. Vorhin hätt ich auch diesen... Ach, wie heißt der? Uart oder was? Wat? Den... Den Jeep halt. Den Uartz? Jaja, Uartz. Und, äh... Bin damit, äh... Hab ich mich einmal komplett überschlagen. Vorne, über. Aber... Und dann wieder... Wieder weiter gefallen. Ja, sechs Kills, Freunde. Da geht noch was, oder? Ja. Brauchst du überhaupt noch Loot? Was hast denn du gerade so? Ich hab ein 1er-Helf, ne 3er-Western, 2er-Rucksack... Naja... Äh, ein Holo. Hier, äh... Hier, äh... Rechts rein ist er gekrochen. Ne, er ist da umgegangen. Er ist da umge... Oh, hast du die Granate geworfen? Ja. Die hätte mich fast getroffen. Pass auf, dass der nicht oben ist, oder? Er ist oben! Haben! Nice. Boah, komplette Magazin! Oh, Energies. Verbrannt. Wangenpolster für ein Scharfschützengewehr. Nice. Danke, dass du das mitgenommen hast. Dreier Rucksack. Schalldämpfer MP? Schalldämpfer MP? Jaja. Hol' ich mir. Komm... Guck du dann nach oben. Ja, ich guck sofort. Mach hier mal zu. Mach hier mal zu. Mach hier mal zu, wenn du willst. Wolltest du die, äh, Dinger nicht? Die was? Die Medi-Kids. Ich kann kaum noch was tragen. Ich hab sehr viel Medi-Kids und so. Ja, ich hab jetzt, ich hab jetzt 3. 9mm Moon brauch ich wieder. Brauchst du 5,56er eigentlich? Oh, ja, wär gut. Ja, warte. Dropp ich dir aufm Teppich. Sind zwar nur 30, aber besser als nichts. Ja, passt. Dann hab ich 100 wieder. Geil. 7 Kills. Und du auch noch einen. Die haben wir noch gar nicht fertig gelootet. Was ist denn los mit denen? Ey, die sind gerade erst gekommen. Lappen. Die haben wir hart geschockt. Erfolgreich geschockt, würde ich sagen. Ist deine 3er Weste eigentlich noch eine? Ja. Der hat mich nicht mal mit der Shotgun erwischt. Ach, der hat dich nicht getroffen. Ne. Der hat zweimal in den Ding vor mir geschossen, in den, äh, 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 in den Handlauf. Mhm. Ich musste kurz umhören, damit ich springen kann. Äh, hat in den Handlauf vor mich geschossen und ich hab halt durch den Handlauf durchgebratzt. Ja, 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 Freunde. Ja, noch mehr 9mm, Muni. Ich kann gar nichts mehr mitnehmen, Karn. Die Uzi haut eh raus wie Sau. Äh, ich hab nen Dreier Rucksack, ich kann. Ich pack mal das 8er Visier, ich tauch mal die Visier rein. Ach, du hast nen 8er Visier, was? Das hier. Ach, du hast nen 8er Visier, was? Ich hab nen Gegner von. Okay. Ich hab einen 8er und einen 4er. Das 4er hat auf den... Hier ist noch... Hier ist noch... Ich hab noch nen Dreier Rucksack. Oh, nice. Kann ich wieder ne Rockgranate mitnehmen hier. Ich hab halt das 8er jetzt auf der Kark und das Finger auf der... Öh... AR. Ich hab halt nur ein Polo. Hm. Das ist halt Kacke. Aber haben wir alles durchgelootet? Ja, ja, da sind wir... Hier sind wir... Hier vorne ist noch so ein kleines. Da ist jetzt das 8er drin. Da ist nichts drin. Nichts, okay. Wir können den Dings abvisieren. Vielleicht... Haben wir Glück. Was? Den... Airdrop. Wo kommen wir denn? Hier. Rechts ein Auto. Oder eh von der Straße. Links oder? Fährt runter. Fährt wahrscheinlich Richtung Airdrop. Ja. Ja, er will da hin. Ja, rechts ist er. Ist da echt ein Hügel noch dazwischen? Fuck! Ich seh den Airdrop nicht. Come on, Freunde. Links der AWM! Weg! 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 Ja, nicht weiterlaufen! Das ist aber keine AWM. Dafür hat er zu oft geschossen. Ja, aber... Das ist ne... ein Schalldämpfer AR. Okay. Ich bin nen ordentlichen Baum. Der ist links irgendwo beim... beim SAT-Gebäude. Du meinst rechts? Ja, südwestlich halt. Da oben steht ein Auto. Da wird er irgendwo hoppen. N240. Von mir. Ja. Geht's nicht hin. Da ist ungefähr das SAT-Gebäude. Ah, da kriegt er. Ich seh ihn. Und, ihr Tiger. Ich sicher dich von hinten. Ich weiß halt nicht, wie hoch das ist. Ich hab ihn glaube ich gehütet. Er kriegt ein bisschen weg. Wir sind safe. Triffst du? Naja, er fällt mit dem Auto jetzt weg. Okay. Ich lag nach und dann müssen wir hier weg. Ein Stück. Geh mal in die Häuser hier. Kommen wir nicht von hinten? Ah, ne. Hier waren wir noch nicht. Ach, Gatke ist das noch. Ah, ja. Pass auf, dass hier nicht irgendwo einer ist. Es sieht... alles zu aus. Ja, ist auch ungenootet. Erste Hilfe Koffer lag hier. Ja, aber looten... Schalt den Verhandfeuerwürfen. Looten sollten wir eigentlich jetzt mal definitiv einstellen. Nicht mal so lange wir hier noch... Ne? In dem Haus sind. War da im Nachbargebäude einer oder war das einfach nur ein Dreckfleck von der Scheibe? Ne, im Nachbargebäude ist einer. Safe? Nicht unbedingt safe. Ne, das ist der Handlauf. Das ist der Handlauf. Sorry. Nochmal versuchen hier. Ne, will nicht. Evakuieren wir doch mal das Nachbargebäude. Ah, dann mach mal. Swat, swat, swat. Oder was rufen die? Du schreit doch auch Polizei, oder? Keine Ahnung. Was die rufen, wenn die reinkommen. Ah, ein Energy. Wahrscheinlich sowas wie... Hi. Hi. Das ist der Police. Zweifachsucher hier. Naja, kannst du da liegen lassen, dann nehm ich lieber das Holo. Hm. Boah, ich... Ich könnte ne Vector spielen. Ne Vector? Ja, die ist ja... Ist ja die Uzi schon krass mit der Feuerrate, aber die Vector ist ja doppelt so krass. Und ich hab ein Extended Mag. Ja, vertreibt direkt komplett. Du kannst in einem Sprung das komplette Extended Mag vom... von der Ding rausrotzen. Könnte ich mal ein Schalli für die Carcats hin? Nope. Oh, dein Hemm. Könnte ich ein ordentliches Scope finden? Nope, aber Schüsse in der Nähe. 27 Leute noch am Leben. Schön, dass ich noch ein Erste-Hilfe-Koffer finde. I'm the Medic. Hm. Noch ne AKM gefunden. Die Schuss gleich mal mitnehmen. Achja, wenn's ne Helm Stufe 2 findest, sag Bescheid. Äh... Ein oder zwei Häuser vor mir. Keiner. Ein oder... Ein oder zwei Häuser vor dir. Ich glaub eins. Ich bin aber ganz unsicher. Definitiv. Keine Ahnung. Hier ist ein Einser-Helm. Oben war der auf jeden Fall. Okay, dann guck ich mal oben. Da ist er, ja. Perfekt. Ja, schon fühl ich mich ein Stück sicherer. Am Dach oben? Ich geh gerade hoch. Da hinten waren nämlich gerade Schüsse aus... Ja, wieder. Ich weiß nicht von wo genau. Ah, ich geh ein Stockwerk unter dich. Ich will auch ungerne hier so lange oben stehen bleiben. Auto? Oder? Flugzeug. Beim Flugzeug bin ich bei dir. Das hör ich auch. Auto habe ich jetzt nicht gehört. Äh, wenn's ist, leg dich oben hin und... und äh... spectate me turn first. Ich will gar nicht unbedingt oben bleiben. Ich bin jetzt mal wieder einen runter geworden. Da hinten, Auto. Ähm, fährt Richtung Westen irgendwie. Ich guck mal, ob ich oben was seh. Da seh ich. Der fährt zu den roten Häusern rüber. Zu dem gelben mit roten Dach, oder? Nee, da sind... äh... Ach, noch weiter hinten? Äh. Die seh ich nicht. Vorm Dach raus. Da ist was im Weg. So, wir sind immer noch safe. Alter, es zieht sich halt original hier zusammen. Hm. Aus dem Süden müsste es jetzt die Leute schön langsam rausdrücken. Da waren auf jeden Fall wieder Schüsse. Lass mich mal eben vorbei. Ja, zack. Auto kommt. Wo? Aus dem Süden. Ungefähr zwei, drei... Ach, wie weit hin kommt der Erde? Fällt denn alle draus? Ah, das fährt da rüber zu den Häusern. Naja, da wird er auch geschossen. Da läuft einer. Ich seh einen. Wo? Äh... Am Haus da hinten. Ins rechte Haus sind die. Ins rechte Ort, ja? Äh... ja. Seh ich jetzt nicht hin, aber... Ich glaub dir mal. Am Fenster rechts ist einer. Ich seh ihn ganz schlecht nur. Ich würd ungern einen Schutz verschaffen. Was brauchst du denn für Muni? 5,56er, oder? Ich brauch gar keine Mungrane. Ich hab genug. Aber, äh... Ich würd halt ungern einfach schießen. Dann wissen die ja, wo wir sind. Ja, nee. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Das meinte ich ja. Um Muni geht's mir null. Da hab ich genug. Und hier liegt doch noch direkt 5,56er. Uh, Party da drüben. Okay, die ballern sich gegenseitig ab. Ja. Aber da kommt noch ein Auto. Das kommt bei uns hin. Motorrad. Fährt rechts vorbei. Wurde auf mich geschossen? Ist hier grad an der Wand was eingeschallen? Vielleicht war es ein Querschläger. Ich weiß es nicht. Ich hab keinen Schuss gehört. Das ist es halt. Ach, das... hat auf jeden Fall hier so ein Geräusch gemacht. Ja. Wir sind immer noch safe. Uh, wir sind immer noch safe. Ich sichere einfach nur die Treppe. Noch ein Auto. Er schießt offensiv hierher. Ich hab geschossen. Achso. Nee, nee, ich hab nochmal einen Einschlag hier gehört. Ja, da hat auch jemand zurück geschossen von denen. Wo sind die hin? Da läuft einer. Ah, ich wollte ihn abstaunen. Oh, ich hab einen ausgenommen. Nice. Auto. Der hat in der Nähe stillgehalten. Mhm. Hab die Treppe jetzt nicht im Auge. Oh, einer ist down gegangen da hinten. Ich hab acht Kills jetzt. Nice. Ich hab die Tür zugemacht. Ja. Ja. 13 Leute noch. 11 Gegners. 12. Hm. Also 10 Gegner. Weil wir gehören ja auch dazu. Boah, Alter. 9. Durchfallen gestorben. Das ist mies. Der ist ausgestiegen. Die Pfaff. Der, äh, Auto ist hier. Halten die bei uns. Rennen ins graue Haus. Ganz vorne. Im, im Westen. Vorderste Haus. Und da waren wir auch dran schon. Ja. Könnte sein, dass gleich auch was aus dem Osten kommt, ne? Da war auf jeden Fall, einer war da, ne? Den hab ich leider nicht geholt. Ich hab nur einen von denen geholt. Wow. Schüsse auf uns, oder? Ja. Oh, wir sind gerade so nicht safe, oder? Ja. Fuck. Von wo waren die Schüsse auf uns? Ist auf jeden Fall bei mir im Fenster eingeschlagen. Aus dem Norden war glaub ich was. Du darfst gerade hin. Wir müssen ein Haus definitiv weiter. Komm mal in die Küche und wir gehen hinten raus, gehen hinten lang in das, in das nächste Haus hinten rein. Ja. Bin da. Zack. Bin drin. Ich mach zu. Mach die Töne zu. Zack. Und nach oben. Ich steh unten im Schlafzimmer. Ja. Du hast auch Tür zugemacht, oder? Ja, hab alles zu. Ah fuck, ich mach wieder auf. Ich muss hier raus, da waren von zwei Seiten, konnte man mich holen. 2,55 Uhr hat ein Auto gestoppt. Okay. Ungefähr. Es sind noch sechs Gegner, einfach nur. Ja. Werden schon weniger. Und die Zone wird schon wieder kleiner. Alter, wenn jetzt die Häuser rausfallen, wir sind so am Arsch. Alle sind am Arsch, ne? Drück mir einfach schon mal ein Energy, prophylaktisch. Ich drück mir zwei. Hab genug davon. Ich hab nur zwei. Das ist echt ein Problem. Jetzt hab ich auch nur noch zwei. Oh, wieder nur ein kleines Stück. Das ist ein Horse. Oder? Ja, im nächsten sind wir schon wieder safe. Ich dachte, ich wäre hier vielleicht schon safe. Aber da bin ich nicht. In dieser kleinen Bumshütte hinten sind wir schon safe. Ja. Und raus. Naja, hier ist gar keine Bumshütte. Die sind im Grauen, hast du gesagt, ne? Ja. Bin oben. Ich mach alles hier unten zu. Komm auch hoch. Ich dachte grad kurz, da lag einer. Aber war nur ein T-Shirt. Ich hocke hier in der Besenkammer. Ja, ich, ich, im, keine Ahnung. Pass auf, da können die von zwei Seiten, ne? Theoretisch. Ja. Ja, aber in dem anderen Haus waren wir gerade. Naja. Gleich müssen wir ins Graue danach. Zu den Gegnern. Es ist halt, es ist halt so ne miese Safe Zone. Ich hab halt die Kark mit Achtfachsuche. Weißt du? Und wir hocken hier im Haar. Was liegt hier noch in der Shotgun? Hängt doch. Das ist so ne richtige dreckige Safe Zone. Ja. Vor allem sechs Gegner auf dem kleinen Fleck. Also. Ja, die müssen ja erstmal hier hin. Die sind noch nicht alle hier, glaub ich. Außer die hocken genau, jeder hat ein Haus gerade. Okay. Da wird doch schon wieder geschossen. Zeig, eine weniger. In dem gelben Haus waren die. Okay. Habt ihr die Leiche grad kurz durch die Wand klitschen sehen. In dem gelben Haus das linke. Also nicht das ganze, das kleine. Das sind also auch zwei. Das kleine, das kleine. Das war ein zweier Team auf jeden Fall. Das kleine 345. Hast du ne Nate? Äh. Nur Smoke und Blend. Schade. Das graue Haus ist echt safe. Fuck. Da rennt einer. Zwei. In das andere gelbe Haus rüber. Im grauen Haus hab ich einen angehittert. Der hat nen Headshot kassiert. Nice. Triffst du was? Ja. Hinten am gelben Haus. Mich fickt halt das Eisen. Mich fickt halt das Eisen. Ich geh schon mal runter. Ich nehm noch meinen Energy. Ja. Mach ich auch. Ich mach die Tür hinten schon mal auf. Hier liegt er. Nice. Ich bin safe. Ich bin safe. Äh. Boah ich nicht. Fuck. Vor mir. Ah du bist auch doch. Nein. Ich hab doch gesagt vor mir. Schade Freunde. Schade. Ich würde sagen. Aber. Insgesamt haben wir 10 Kills. Ich hab 8. Du hast. 2. Dann haben wir 10. 10 Kills. Ja. Wenn es euch gefallen hat. Gebt ja vorher einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Und hier sind auch ein paar Videos für euch. Wir sagen. Ciao und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.